Ihr Nordbund der Erbeisen, sie ist von hoher Art. Ihr Name ist uns wohl begann, Maria wird diese begann. Sie ist die Größte im Himmelreich, kein Engel ist ihr Knecht. Er schätzt ein Ehrensohn im Himmelsbrun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Liebe Olm-Freunde und Olm-Freundinnen aus nah und fern, ich grüße alle ganz herzlich zur Feier der Olm-Messe da bei den Kollmannsöfen beim Schierflinger Kreuz auf der Olm. Wir sind fast grenzüberschreitend da aus der Steiermark, aus Kärnten, aus unseren Gemeinden in der Umgebung und aus nah und fern. Und auch einige Gäste dürfen wir unter uns begrüßen. Schön, dass es in dem Jahr wieder möglich ist, miteinander die Olm-Messe zu feiern und den schönen Platz in unserer Heimat. Dankbar sind wir für unser Heimatland, für unser Leben und dass es uns relativ gut geht. Wir wollen alles mit einnehmen, was wir im Herzen mittragen in diese Feier des Gottesdienstes. Und wir sind wohl in der schönsten Kathedrale der Natur von der Schöpfung unseres Herrguts versammelt für diese Olm-Messe. Immer wieder stehen auch wir vor solchen Fragen in unserem Leben. Zu wem her sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Jetzt in der Ferienzeit. Die Sommerferien sind ja schon fast halb wieder vorbei. Die Schüler machen sich schon bald wieder bereit für die Schule. Das Arbeitsjahr beginnt wieder. Und da haben sich vielleicht am Beginn der Ferienzeit, der Urlaubszeit auch Fragen gestellt. Wohin soll die Reise gehen, haben sich vielleicht manche gefragt, am Beginn des Sommers, am Beginn der Urlaubs- und Ferienzeit. Es ist ja anders als in den Jahren vorher, wie wir es gewohnt waren. Vielleicht sind dann wieder einige mehr daheim geblieben. Oder auf die Olben gegangen, auf den Berg gegangen oder einfach in der Familie zusammengekommen. Es war dann doch wieder möglich, auch andere Länder zu besuchen. Manche sind vielleicht im Urlaub gewesen oder haben das noch bevor. Und kommen hoffentlich wieder gut und gesund zurück. Wohin geht die Reise? Das fragen wir uns auch in unserem Leben. Immer wieder in verschiedenen Situationen. Immer wieder müssen wir uns entscheiden und Entscheidungen treffen. Welche Schule gehen die Schüler weiter hin? Wo führt das Arbeitsleben hin? Oder welche Schokoladesorte habe ich heute Lust und essen wir? Was gibt es auf der Olben für Jausen? Immer wieder Fragen und Fragen und Entscheidungen. Oder auch für das ganze Leben dann Entscheidungen. Wie geht es weiter im Beruf, in der Familie, in unserem Heimatland, in der Gesellschaft? Überall Fragen und Fragen. Und der Petrus im Evangelium hat eine Antwort gefunden. Herr Jesus, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Darauf können wir vertrauen. In unseren Glauben an den Herrgott. Der Mensch geworden ist in Jesus. Und der uns den Weg gezeigt hat zu einem erfüllten, glücklichen und sinnvollen Leben. Auch im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Gern treten wir vor Gott, unserem Herrn. Herr Jesus, zu wem solltetern. Sein Glauben, im Vertrauen auf ihn. Herr Jesus, zu wem sollen. Vielen Dank.